Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TheBinding of Isaac auf der West Plus. Ja, lang ist es her, aber wir spielen es heute mal wieder. Und zwar spielen wir gleich den ersten, wo wir noch nicht alles haben. Ist das einfach das Blue Baby, dein Ernst? Okay, spielen wir das Blue Baby, dann ist die Folge vielleicht nicht ganz so lang, weil ich vorher schon verkacke. Mit Blue Baby müssen wir erstmal zu Delirium, wenn ich das richtig gesehen habe. Sonst haben wir, glaube ich, mit dem Blue Baby alles. Blue Baby ist halt kacke, ich mag das Blue Baby wirklich nicht. Bei dem, ja, um stark zu werden, muss man halt irgendwie Devil Deals mitnehmen. Und Devil Deals sind teuer, vor allem mit dem Blue Baby, weil das Blue Baby nur blaue Herzen hat. Und blaue Herzen zu farben ist schwieriger als rote Herzen zu farben und bla bla bla. Dann kostet jeder Devil Deal immer drei Herzen, das ist mega kacke. Naja, so, Blue Baby. Ähm, warum spielt er heute Isaac? Einfach erstens, weil ich Lust zu hatte und keinen Bock auf Blazing Beaks hatte. Blazing Beaks ist irgendwie momentan mega komisch, keine Ahnung. Ich war, ich hab das nochmal privat gespielt. Bin auch relativ weit gekommen beim achten Versuch oder sowas. Weil ich voll die krassen Waffen hatte und alles mögliche. Und dann bin ich trotzdem einfach beim vierten Boss oder so verreckt. Ich hab keine Ahnung, ob ich das irgendwann in meinem Leben nochmal schaffe, da ein One durchzubekommen. Wäre zumindest so ein Ziel von mir, aber keine Ahnung. Ja, ansonsten ist ja gerade Steam Summer Sale. Nur so für die Leute, die es noch nicht wussten. Ab Dienstag ist Steam Summer Sale. Geht übrigens alle in Team Corgi, Leute. Team Corgi ist das beste Team aller Zeiten. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede. Das gibt ja immer bei dem Steam Summer Sale so ein Team Game. Jedes Jahr. Und meistens hat man da immer Sachen bekommen, wenn man sich ein paar Steam Spiele durchgeguckt hat. Und dann, ja, keine Ahnung, man sollte so 15 Steam Spiele durchgucken. Oh, die Map wäre natürlich mega geil, ne? Mal gucken. Und dann hat man davon eine Karte bekommen. Und die Karten konnte man dann einlösen gegen diese Abzeichen. Abzeichen, aber das ist anscheinend dieses Jahr nicht so. Steam dachte sich, ne, die Karten sind viel zu viel wert. Die verkaufen die Leute sowieso alle nur für 3 Cent auf dem Steam. Komm ich auch nicht auf den Markt. Ne, 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 das können wir uns nicht leisten. Und stattdessen haben sie das diesmal so gemacht, dass man Tokens bekommt. Und die Tokens kann man entweder halt für Abzeichen einlösen. Oder aber, wenn man 15.000 davon hat, dann kann man anscheinend einen 5 Euro Gutschein bekommen. Der dann auf den nächsten Einkauf bei Steam wirkt. Nur, nur so für die Leute, die es noch nicht wussten. Und, aber, da gibt es auf jeden Fall so, so Teams. Und dann müsst ihr alle in Team Corgi kommen. Team Corgi ist sowieso das stärkste Team. Von daher, wenn ihr ins Gewinner-Team wollt, wenn ihr also so Bayern München-Fan seid, so ein Erfolgs-Fan seid, dann geht Team Corgi. Ich und andere sind auch da drin. Wir sind cool, Leute. Alle zu Team Corgi. Ja. Apropos Steam Summer Sale. Ich hab mir da jetzt endlich mal ein Spiel gekauft. Und zwar ist es Shelter 2. Und da hab ich nämlich vor drei Jahren oder sowas schon mal vom Xylee ein DLC geschenkt bekommen. Der dachte, da wäre auch das Spiel mit bei. War es aber nicht. Damals war mir das Hauptspiel aber zu teuer. Man braucht das irgendwie, um halt auch das DLC spielen zu können. Deswegen hatte ich jetzt ganz, ganz lange dieses blöde DLC in meinem Inventar drin. Aber konnte das nicht spielen. Und jetzt im Team Summer Sale war mir das endlich günstig genug, dass ich mir endlich mal wieder Shelter 2 kaufen konnte. Oh, sehr schönes Item. Heißt, in naher Zukunft wird wohl ein Shelter 2 Let's Play auf dem Kanal kommen. Shelter 1 hatte ich ja damals auch schon gespielt. Das ist halt, wie gesagt, drei Jahre her. Und damals hab ich das nämlich so gemacht, dass ich einfach die Namen von Abonnenten genommen habe. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Shelter 1 war zumindest so, da hat man eine Dachsmutter gespielt und man hatte kleine Dachsbabys. Und diese Dachsbabys musste man durch die Gefahren der Wildnis lenken, ohne dass sie am besten sterben. Am Ende sind trotzdem welche gestorben. Spoiler. Ja, und da hab ich dann halt für die kleinen Racker, für die kleinen Dachs... 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 Dachschen? Dachsileitchens? Ja, für die kleinen Dachsileitchen hab ich dann Namen von Abonnenten genommen. Weil dann hatte ich irgendwie mehr Bezug zu denen, als wenn ich einfach, ja, du bist Dachs Nummer 1, du bist Dachskid Nummer 2 und so weiter gesagt hätte. Und ich hab mir gedacht, jetzt bei Shelter 2, wo man übrigens keinen Dachs mehr spielt, sondern stattdessen ein Luchs, glaube ich. Aber man hat, glaube ich, meines Wissens trotzdem noch Kinder. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Kann auch sein, dass man einfach nur einen Luchs spielt und überleben muss. Ah. Indem man jagt und so. Das auf jeden Fall soll sehr viel größer sein. Also soll so fast Open World mäßig sein. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Aber wenn es da Kinder geben sollte, dann finde ich das ganz toll. Wollen wir so ein Scheiß hier? Nee. Wenn die wieder wie halt Zuschauer genannt werden. Heißt, ich mach jetzt hier einen kleinen Aufruf, Leute. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr konntet in 5 Minuten eure Konzentration halten bei einem Eise-Eck-Part. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn ihr, oder wenn euer Name besser gesagt, in Shelter 2 vorkommen soll, als kleines Baby, dass ich dann hoffentlich irgendwie gut beschützen kann. Ich bin eine sehr gute Luchs-Vater, Mutter, was auch immer, Dingsbums. Hoffentlich, vielleicht. Also vielleicht sterbt ihr auch, so als kleiner Disclaimer. Wenn ihr nicht sterben wollt, dann macht ihr lieber nicht mit. Aber wenn ihr trotzdem wollt, dass ich euch vielleicht ein bisschen beschütze und so, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da halt mitmachen wollt. Und am besten dann auch, welchen Namen ich da benutzen soll. Wenn ihr zum Beispiel Yukari heißt, ob ich euch dann auch Yukari nennen soll, oder nur den Spitznam Yuki oder so. Das fände ich ganz toll. Apropos Yukari, die wird das locker nicht hier gucken. Weil der Part über 15 Minuten gehen wird. Denn es ist Eise, ey. Eise geht immer 40 Minuten oder so. So, viel zu krass. Alter, ein kostenloser Schlüssel für uns. So, das war Thema Nummer 1. Was haben wir hier? Vielleicht eine Map? Nö. Nämlich werden wir uns auch alle blauen Herzen kaufen. Egal, wie teuer sie sind. Einfach aus dem Grund, dass das Blue Baby viel zu wenig Leben hat. Und wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Devil Deals. Das Schöne am Blue Baby ist nämlich auch, dass selbst wenn man getroffen wird in der Ebene, dass man trotzdem immer eine hundertprozentige Chance auf einen Devil Deal hat. Das ist eigentlich das einzigste Positive am Blue Baby. Alles andere ist einfach mega scheiße an dem, finde ich. So, hallo, kleiner Boss. Waren wir schon mal im goldenen Raum? Ja. Okay, sehr gut. Da waren nur diese komische Bienen-Dingsbums drin, ne? Okay, mega unnötig. Aber Larry, Larry Junior und Larry Senior sollten ja kein Problem sein. So, genau. Das war Shelter. Das kommt bald. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau wann. Kann ein bisschen dauern, weil morgen kommt Mario Maker 2 raus. Und ich möchte mich eigentlich so ein bisschen auf Mario Maker 2 konzentrieren. Weil, ja, Mario Maker 1 fand ich mega geil. Habe ich nie gespielt, aber zum Zugucken fand ich es halt mega geil. Und ich glaube, bei Mario Maker 2 kann man auch superschön schneiden und so. Ich bin ja gerade auf so einen kleinen Schneidetrip, nehme ich mal mit, einfach weil wir volle Leben haben. Von daher, da freue ich mich mega drauf. Kommt leider erst morgen. Was ich aber auch schon gut finde, dass sich überhaupt am ersten Releasetag kommt. Denn laut dem Verschicker, wo ich das vorbestellt habe, die meinten erst, das kommt am 8. Juni erst an. Ich habe das nämlich nicht so wirklich auf einer offiziellen Seite gekauft. So halb offiziell, sag ich mal. Ja, da hat man es halt für 40 Euro bekommen und da dachte ich mir, ja, spare ich mir meine 10, 20 Euro damit, damit, ja, kriege ich das halt eine Woche später. Mir doch egal. Aber anscheinend kommt das jetzt doch morgen an und ich bin sehr happy darüber. Ja, und ich habe auf jeden Fall vor, das auch zu streamen. Hoffentlich. Mal gucken, wie die Zeit passt. Aber ich glaube, am Wochenende sollte ich auf jeden Fall Zeit haben dafür. und ich habe das so, glaube ich, geplant, dass ich den Story-Mode, da gibt es ja so einen Story-Mode mit 100 Leveln, soweit ich das weiß. Aua. Genau, den werde ich let's playen, aber die anderen Modusse, beziehungsweise die Fan-Modusse von anderen Leuten, die wollte ich dann erst mal streamen und da auch wieder einen Aufruf an die Community, falls ihr euch das auch kauft, weil irgendwie ja mega viele Leute eine Switch haben. Von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige unter euch auch sich Mario Maker 2 kaufen. Wenn ihr dann irgendwie mal ein Level habt, muss es nicht unbedingt für mich gemacht worden sein, wäre natürlich mega geil, wenn ihr extra mir ein Level widmet, aber kann auch für YouTuber XY sein. Wenn ihr mir da einfach ein paar Level schickt, das fände ich mega geil. Leute, dass man dann eure Level spielt und dann machen wir dann Special-Folgen draus und so, wo ich dann eure Level bewerte und spiele und wird alles ganz toll. Da würde ich mich mega freuen. Und wenn das dann natürlich noch extra für mich gemacht worden ist, dann Ultra, Leute, dann habt ihr mindestens 5 Plus-Punkte bei mir. Nur so. Genau. Und sonst hatte ich auch noch vor, oh, das ist sowieso gerade alles, ich brauche, glaube ich, dringend mal einen Upload-Plan oder sowas oder einen internen Plan für mich zumindest. Upload-Plan bin ich ja jetzt nicht so der Fan von, weil ich alles sehr random mache auf meinem Kanal. Aber ich habe zumindest auch geplant, weil ich mir jetzt die HTC Vive Pro gekauft habe, die auch morgen ankommt. Alles, alles mega kacke, dass das alles gleichzeitig ankommt. Beat Saber zu spielen im Stream. Wird wahrscheinlich nicht so geil sein mit YouTube und die werden mich einfach wegstriken, weil Beat Saber genauso wie Ozu halt mega die, 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 die Claims hier macht. Copyright Claims wegen der Musik und so. Ich wollte es aber zumindest ein Streamer ausprobieren. Und ja, also das, das möchte ich auch streamen und ich habe auch wieder Zelda Breath of the Wild vor kurzem gestreamt. Da sind wir jetzt im Gerohendorf. Das hat anscheinend den Leuten auch recht gut gefallen. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch weiter streamen. Also eigentlich müsste ich voll viel streamen. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich auch diese Woche noch voll viel streamen. Allerdings sind unverhoffter Dinge meine Oma und mein blöder Bruder Beide mag ich nicht so, nicht so sonderlich muss ich sagen. Ich hoffe, die hört mich gerade nicht, weil sie ist eigentlich im Nebenraum. Die sind jetzt hier die Woche da gewesen und deswegen wollte ich da jetzt nicht streamen, weil sie andauernd halt ins Zimmer reinkommt und irgendwie Hilfe braucht bei irgendwas, weil sie irgendwas nicht versteht. Bla bla bla. Aber die fährt ja zum Glück morgen wieder weg. Das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, sie hat es jetzt nicht gehört, weil sonst ist sie bestimmt beleidigt. Ja, aber das ist so viel dazu. Ich will sehr viel mehr streamen, vor allem ich bin jetzt auch wieder mehr oder weniger YouTube-Partner beziehungsweise ich habe halt diese Hürde genommen mit diesen 1000 Abonnenten, die man braucht und 4000 Wiedergabestunden. Einige denken sich jetzt, hm, 4000 Wiedergabestunden, das ist doch gar nicht so viel. Aber mir hat das tatsächlich jetzt sechs Monate gedauert, bis ich die hatte. Weil aktiv YouTube mache ich ja erst wieder seit Januar. Und wir haben jetzt quasi Ende Juni, also sechs Monate hat es bei mir gedauert, bis ich diese 4000 Wiedergabestunden hatte. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass ich das vielleicht bis April schaffe. Aber nope. Leider nope. Hätte ich ein bisschen mehr gestreamt, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen einfacher geworden, aber egal. Bin auf jeden Fall happy, dass es jetzt so weit geklappt hat. Jetzt muss nur noch YouTube mich erproben, Leute. Und dann wird hier alles ganz toll auf diesem Kanal. Kriege auch endlich mal wieder ein bisschen Geld rein. Denn ich hoffe, da kommt auch ein bisschen was bei rum, weil sonst bin ich in zwei Monaten tatsächlich pleite. War auch nicht so schlau, dass ich mir jetzt die HTC Vive da gekauft habe bei meiner finanziellen Situation. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich werde auch ganz neuen Lebensabschnitt bei mir machen, weil ich war noch nie in meinem Leben, ich hatte noch nie Schulden. Ich mag das nicht. Ich mag dieses Konstrukt von Schulden haben nicht. Deswegen kaufe ich mir auch nichts auf Raten oder sowas, weil ich das einfach hasse zu wissen, ja hier, du musst jetzt jeden Monat fix 80.000 Euro zahlen. Alles, alles strange. Ich mache das immer so, ich hole mir mein, oder ich spare mir mein Geld an und kaufe dann halt die Sache, die ich haben will an einem Stück. Finde ich irgendwie besser, funktioniert für mich besser. Aber wir kaufen auf jeden Fall die Spider-Mod. Ich liebe die Spider-Mod und ich glaube, wir werden hier auch einmal die Donation-Maschine plündern, obwohl die jetzt richtig geil bei 888 war. Das ist schon, Leute. Richtig geil wäre ein zweites Spacebar-Item, wenn ich ehrlich bin. Statt dieses blöde Kackhäufchen haben wir jetzt schon einen goldenen Raum. Müssen wir das noch suchen. Mega lame. Ja, Leute, ihr könnt mir auch mal sagen, was ihr schon beim Steam Summer Sale gekauft habt. Wird mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr da vielleicht irgendwelche Tipps habt. Was ich empfehlen kann beim Steam Summer Sale, aber eigentlich wie jedes Jahr, Portal 2. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Alive Portal 2 sich jetzt endlich gekauft hat. Die hatte das tatsächlich noch nicht. Und es gibt tatsächlich noch Leute, die Portal 2 nicht haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem Kopf hatte eigentlich jeder Portal 2 schon vor dem Tag gestern, als ich gesehen habe, dass die Alive sich das jetzt gekauft hat. Das kostet nämlich gerade, ich glaube, 99 Cent oder 1,34 oder sowas. Und, oh, wir haben gar nichts. Ah, nehme ich den mit? Ich will den eigentlich nicht mitnehmen. Ja, komm. Ghost Baby ist halt nicht so geil, aber was soll's. Ähm, genau, Portal 2. Kauft euch euch. Kauft es euch. Schönes Multiplayer- und auch Singleplayer-Spiel. Hatte ich auf jeden Fall mega gut und kostet halt, wie gesagt, gar nichts. Kriegt das Geld, das man dafür ausgekriegt, man schon fast wieder rein mit den Steam-Sammelkarten, die man daraus bekommt. Jetzt ohne Witz. Was habe ich mir sonst noch gekauft? Ich habe mir noch die Dark Souls Remastered Edition gekauft. Die hat nämlich auch nur 4 Euro gekostet. Aber ich glaube, die kostet nur 4 Euro, weil man auch die Prepare-to-Die-Edition davor schon hatte. Die hatte ich, aber habe sie nie gespielt davor. Weil irgendwie sah das alles mega hässlich aus damals und dann mochte ich das nicht. Aber Dark Souls 2 und 3 fand ich zum Beispiel mega geil. Und ich freue mich jetzt, dass ich Dark Souls 1 dann auch endlich mal wieder spielen kann. Da freue ich mich. Ja, das sind so meine Ausbeute gewesen bei dem Steam-Summer-Sale bisher. Ich hätte mir richtig erhofft, dass irgendwie Beat Saber oder irgendwelche coolen VR-Spiele im Angebot sind. Oh, 1XL eben, sagst du. Shit, dann müssen wir nochmal einen goldenen Raum uns suchen. Das ist ja jetzt doof hier. Ja, aber Beat Saber war leider nicht im Angebot. Ultra-traurig und Odessi und oder Audacity? Wie heißt denn das? Audica? Audica, ja. Audica heißt das, glaube ich. Ein Spiel von Harmonix, den Machern von Rockband und Guitar Hero. Die haben auch ein VR-Spiel rausgebracht. Das war leider auch nicht im Angebot. Mega sad, finde ich, Leute. Ich bin jetzt gerade voll so ein bisschen auf dem VR-Trip. Aber die ganzen Spiele sich leisten zu können, kann ich gerade nicht. Deswegen. Aber vielleicht kommt da dann auch in Zukunft was. Das wird jetzt einfach so eine so eine was kommt in nächster Zeit auf meinem Kanal Folge, Leute. Aber das seid ihr ja gewohnt bei Isaac, nicht wahr? Isaac ist meine Laber. Mein Laber-Let's Play. So, da haben wir unser zweites Item bekommen. Dann können wir jetzt endlich zum Boss gehen. Aber ich fühle mich gerade noch ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt. Wir müssen relativ stark werden, weil wir Hasch besiegen müssen. Das ist die eine Sache. Wir müssen Hasch besiegen. Denn nach Hasch hat man eine hundertprozentige Chance, dass man auf jeden Fall zu Delirium kommt. Und da wollen wir auf jeden Fall hin. Wenn wir uns beeilen, dann können wir sogar Maren besiegen. Unter 20 Minuten. Dann in den Boss-Hasch gehen. Dankeschön. Und dann mit zu früh da rausgehen, nachdem wir da ein Item mitgenommen haben. Überrascht mich ehrlich gesagt, dass ich immer noch so relativ gut bin in Isaac. Ich bin jetzt, ich bin glaube ich ein bisschen langsamer als sonst. Aber ich werde recht selten getroffen, oder? Aber vielleicht, vielleicht kommt mir das auch gerade nur so vor. Also dafür, dass ich Isaac so lange nicht gespielt habe, gar nicht so kacke. Und kein Devil-Diel bekommen. Das ist ein bisschen mega sad. Das ist wirklich mega sad. Dann wird schon in der Marm-Ebene. 3, 4, 5, nö. Ja, GG. Wir sind glaube ich doch recht langsam. Obwohl, 6 Minuten für 2 Ebenen kann man schaffen. Mal Kuki, Kuki. Schnuki, Kuki, Kuki. Nicht-Luki. Genauso viel dazu. Was hat es noch was gemacht? Ich habe eingestellt, dass beim Stream, weil es sich angeboten hat, dass es da jetzt diese Loyalty, ich dachte früher, was das heißt? Loyalty? Ich kann es nicht mehr aussprechen. Loyalität. Vom Deutschen abgewandelt. Loyalty. Points heißt, aber es heißt einfach Loyalty. Ohne das zweite A. Ja, die habe ich auf jeden Fall eingestellt. Das heißt, ihr kriegt jetzt Punkte, wenn ihr bei dem Stream zuguckt. Das ist nicht super toll. Und mit diesen Punkten könnt ihr dann Sachen ausgeben, wie zum Beispiel euch einen Song wünschen für meinen Beat Saber und so. Das ist nicht super toll. Voll 2019 und so. Yeah, UpToDate ist mein Kanal. Wupp, wupp. Ja, das habe ich eingestellt. Und wenn ihr da aktiv mitchattet, dann kriegt ihr sogar mehr Punkte. 20% mehr, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, ja, was sonst? Ich habe Magical Girls zu Ende geguckt. Ne, wie heißt das? Madoka? Madoka Magical Girls. Ein Anime. Ich muss sagen, der Anime an sich war so lala, obwohl der Skubay-Fiech recht süß ist. Das ist so ein katzenartiges Viech, das redet, aber dabei nicht seinen Mund bewegt. Ja, ja. Ja, die Story war so lala, aber das Ende, das Ende fand ich mega gut. Also, wie es jetzt alles aufgeklärt worden ist und warum alles so passiert, wie es in dem Anime passiert, kann ich sehr empfehlen. Fand ich ganz nett. Und Kyuubay ist halt mega süß. Davor fand ich, kannte ich Kyuubay halt auch nur so ein Horror-Spiel, so ein Mini-Horror-Spiel. Wie heißt denn das nochmal? Irgendwas mit... Ich habe den Namen vergessen. Ich habe es auch mal letztes Spiel. Und ein Haus mit 1000 Doors oder sowas? Irgendwie sowas. Da war der mit dabei. Spooky House of Jumpscares, genau so hieß das. Da gab es auch einen Kyuubay. Da kann ich die vorher nur her... Ey, unser erstes Twinket! Oh, ich bin ja richtig happy darüber. Habe ich geguckt. Und jetzt gucke ich gerade so einen komischen Gamble-Anime. Irgendwas mit K. Oh, ich habe den da vergessen. Ist auch ganz witzig. Und dann wollte ich Naruto Shippuden endlich mal gucken. Und dann habe ich erfahren, ja, ne, Netflix hat das leider nicht. Und dann habe ich geguckt, ja, wer streamt denn das sonst? Und dann hat mir Google gesagt, hm, hier, Amazon Prime. Die streamen das. Und dann war ich bei Amazon Prime. Und dann hat Amazon Prime gesagt, hm, ne, also bei uns musst du das kaufen. Und deshalb kann ich Naruto nicht weiter gucken. Und das finde ich sehr sad. Leute. Also ich habe gerade ein sehr sades Life. Sades Life. Satisfactual Life. Und warum gucke ich so viel Netflix? Klar, weil ich kein Leben habe. Nein, und weil es so heiß ist. Was soll man da sonst machen? Es ist so heiß, Leute, dass sogar meine Klimaanlage wieder ausgefallen ist. Das ist so eine komische Standklimaanlage. Also keine, die draußen hängt und tolle Sachen macht und den ganzen Tag laufen kann. Sondern es ist so eine Standklimaanlage. Und irgendwie, ich, also ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe das Gefühl, dass in der Klimaanlage so eine Kühlflüssigkeit oder sowas drin ist. Und dass die sich einfach verbraucht, wenn, wenn die den ganzen Tag läuft. Und irgendwie interessiert dann alle und dann funktioniert die Klimaanlage nicht mehr und dann boostet die nur noch. We need to go deeper. Oh, finde ich gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser als der Scheißhaufen. Goldenen Raum haben wir. Denn sind wir soweit ganz gut dabei. Ja, aber heute ist wieder schön frisch. Zumindest bis zum Wochenende. Am Samstag soll es wieder 35 fucking Grad werden, was ich überhaupt nicht feiere. Ich hasse warmes Wetter, Leute. Aber ich will eigentlich nicht wieder über das Wetter reden. Das habe ich schon in den letzten Folgen irgendwie relativ viel gemacht. Aber ist halt das Thema gerade. Das soll man tun. Das soll man tun. Aber wir müssen auf jeden Fall recht schnell durch diese Ebene mal kurz durchgehen. Denn so ein Boss-Wasch fände ich schon ganz stieke. Wieso machen wir dem keinen Schaden? Doch machen wir. Aber so richtig komisch irgendwie. Ja. Sonst. Apropos Sachen gucken. Haben wir hier was? Au, äh, lol. Wieso? Yo, schießt einfach auf mich. Was ist denn bei dir kaputt? Bist du die böse Schwester vom blau... äh, vom, vom roten... vom roten Feuer oder was? Äh, apropos gucken. Gerade läuft Summer Games dann quick. SGDQ. Da gucke ich momentan auch sehr gerne rein. Ist ja so ein Speedrun-Event, also wo ganz viele Leute aus der ganzen Welt, aber meistens Amerikaner, ähm, sich irgendwo treffen und da ganz viele Speedruns machen und spenden für den guten Zweck sammeln. Eine ganze Woche lang, Leute. Ich glaube, das läuft noch bis... Wann hat es dann angefangen? Sonntag? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Sonntag hat es angefangen. Bis diesen Sonntag streamt ihr auch noch. Da waren schon ganz geile Sachen bei, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch das erste Mal Zelda Minish Cap geguckt. Und das sieht ja wohl immer richtig geil aus. Ich habe jetzt richtig Bock auf Zelda Minish Cap. Bisher kannte ich das halt nur, äh, weil ich den Manga dazu gelesen habe. Der ist übrigens auch recht okay, finde ich. Aber holy shit! Das Spiel sieht richtig witzig aus. Ich dachte auch, das wäre so ein richtig altes Spiel, aber es ist einfach neuer als Ocarina of Time. Das wusste ich auch halt auch überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist 2005 oder sowas rausgekommen. Mega, mega komisch. Hätte ich auch mal Bock drauf. Das finde ich auch mega geil, wenn, wenn, Nintendo das Wii machen würde. Statt, statt ihr komisches Zelda da jetzt. Was? Wo ich jetzt aber auch mehr Bock drauf bekommen habe, seit die das da gezeigt haben, dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Zelda 3, 7, 8, 95? Hätte ich auch Bock drauf. Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt voll angefixt auf Zelda irgendwie. Oh. Ich glaube, wir sind zu langsam für den Boss, was ich? Das ist sehr sad. Ultra sad. Are you a wizard? Ich bin ein wizard. Nee. Nicht so ganz, aber, aber schön, dass du meine, schön, dass du das denkst. Wow, wizard hier, geile Überleitung, danke Spiel. Habt ihr dieses komische Wizard-Spiel, dieses Harry Potter-Wizard-Spiel von den Pokemon Go-Machern mal gespielt? Find ich mega strange das Spiel, Leute. Ich find witzig, dass man da sein eigenes Bild reinpacken kann. Also man kann, man kann sich da dann so eine komische Mütze aufsetzen und ein Selfie von sich machen und das ist witzig, weil dann sieht man witzig aus und kann so komische Effekte auf sein Bild draufpacken. Das ist quasi dieser Snapchat, so ein Snapchat-Filter kann man sich geben. Das fand ich ganz witzig und ich find auch witzig, dass man beim Kämpfen so, so Zaubersprüche auf den Bildschirm malen muss, damit das passiert. Aber sonst ist das glaube ich nicht so meins. Da bleib ich lieber bei mit Pokemon Go. Hat mich aber ein bisschen dran erinnert an Lost irgendwas. Last Lost, Last, Lost. So ein komisches DS-Spiel, da musste man auch immer seine Zaubersprüche auf dem Finger. Ich fing euch alle tot. Da musste man auch nochmal seine Zaubersprüche auf dem Touchscreen raufballern, damit deine Monster irgendwas machen. Das fand ich damals ganz witzig. Ich hab hier auch ein paar Mal durchgespielt. Wie ist denn das? Last, Lost, Lost, Oh, Lost, Last, Last Wizard, Lost Wizard, irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie so, das war auf jeden Fall cool. Ja Leute, spielt ihr das? Wie findet ihr das? Wurde ja bei, bei, bei Twitter haben das irgendwie alle gespammt. Hier, mein Freundescode, bitte edit mich, bla 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 bla. Da hab ich mir tatsächlich auch mal angeguckt, aber ist nicht so meins. Außer dieser Snapchat-Filter, der super witzig ist. Ich glaub, das ist auch das einzig, das Witzige bei Snapchat, oder? Weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt für Snapchat. Vielleicht ist das nur was für junge Leute. Bin ich so der Snapchat-Dude. Hat das Herz. Gefällt mir auch grad nicht so wirklich, wo dieser One hier gerade hinführt. Wir sind so ein bisschen, ein bisschen schwach auf der Brust, möchte ich meinen. Wir machen nicht wirklich den Damage. Wir haben leider nicht so viele Devil Deals bekommen, wie ich wollte. Wir haben auch nicht viele Leben, leider. Sieht momentan schlecht aus, dass wir zumindest über, über Hush zu, zu Delirium kommen können. Obwohl, bei Hush wird man natürlich auch ein paar Items bekommen, ne? So ist nicht. Hm. Bei Hush kriegt man auf jeden Fall vier Items oder sowas. Wäre ja nicht so schlecht. Muss ich mir überlegen. Ein bisschen Zeit, aber, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, dass wir da sind. Die rote Version. Ist eigentlich die netteste Version von Mom, weil sie die ganze Zeit nur auf einen rauf stampft, statt Gegner zu spawnen, die immer rumnerven. Ach ja. Reventure geht da übrigens auch noch weiter. Da haben wir noch, glaube ich, so um die 30 Enten. Also zwei, drei Holgen kommen da auch noch. Das kommt ja auch mega gut an bei euch. Das finde ich mega gut. Ich habe da jetzt so mehr versucht, auf eine Story zu gehen, statt zu sagen, also statt so ein klassisches Let's Play zu machen, wie, ja, hm, was können wir denn noch machen? Ich könnte ja da und da hingehen, bla 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 bla. Und anscheinend kommt das ja auch recht gut an. Finde ich schön. So, geil, wo wir hingehen. Leider kein Bosswash. Dann weiter. So. Ich weiß nicht, wollen wir diese Ebene überspringen? Wir müssen uns jetzt halt überlegen, ob wir, ob wir, ob wir zu, zu Hasch gehen wollen. Wir sind aber eigentlich wirklich viel zu schwach für Hasch. Aber wenn wir schon so lange für den Dude hier brauchen, dann wird der Hasch auf jeden Fall gar nichts. Dann ist die zweite Möglichkeit halt, dass wir in die Chest gehen, uns da vielleicht ein bisschen stärker machen und dann müssen wir halt hoffen, dass Delirium, dass das Portal weiß man halt nicht, ne? Weiß man halt nicht, ob das was wird. Hm. So eine Sache. Wenn uns hier, mhm, mhm, mhm. Beim Boss hier kriegt man aber schon noch ein Item. Ich bin gerade voll im Überlegen, was ich überhaupt hier mache. Wir holen uns, glaube ich, hier das Item ab. Ich kann aber auch die nächste Ebene nicht einfach so verlassen. Weil ich dann in die Hölle komme. Also jetzt mit meinem, mit meinem Spacebar-Item, Ah, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ach, Isaac, wieso hast du so viele Möglichkeiten, die man machen kann? Ist doch doof, Isaac. Wieso? Ein, oh! Mutant Spider? Mega gut. Hm. Dann wird ein Quadrant-Shot. Das natürlich, hm. Macht uns auf jeden Fall stärker, meines Wissens. Alter, wenn wir jetzt noch Brimstone irgendwie bekommen könnten, mit einem Devil-Deal, das fände ich mega gut. Ey, ich spiele, gib mir mal bitte ein Brimstone. Brimstone finde ich mega geil jetzt. Dann hätten wir so ein Vierer-Brimstone. Damit könnten wir dann auf jeden Fall zu, zu Haschkin und überhaupt überall hin. Dann habe ich wirklich gar keine Sorgen mehr. Oder, oder, was wäre noch gut, so ein Vierer-Alles eigentlich, ne? So ein Vierer-Mams-Knife oder sowas. Aber irgendwas OP ist, brauchen wir schon. Sonst dauert der Fight halt auch einfach viel zu lange gegen Delirium und da habe ich wirklich gar keine Lust. Wer jetzt denkt, dass der Finger genauso ist wie Mams-Knife, nope, der Finger ist einfach mega kacke. Ist jetzt nicht das allerschlechteste, aber auch nicht das allergeilste. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie kommt ihr mit der Hitze klar, Leute? Habt ihr auch eine Klimaanlage? Keine Ahnung, legt ihr euch irgendwie ein nasses Handtuch über die Schulter. Oh, das habe ich übrigens gemacht. Ich habe mir PET-Flaschen, also Plastikflaschen eingefroren, weil die platzen nicht. Wenn ihr das auch macht, dann nehmt ihr auf jeden Fall Plastikflaschen und keine Glasflaschen. Ich habe Wasser reingefüllt und eingefroren und noch so ein paar Kühlpads mir genommen und das alles in eine Kühlkiste reingetan, also wo halt die Kälte nicht so schnell rausgeht und da dann einen Ventilator draufgepackt von oben, dass die kalte Luft so ein bisschen runtergeht. Das hat tatsächlich was gebracht. Hat man sich so eine kleine Klimaanlage selber gebaut. Also das kann ich jedem empfehlen, Leute. Wenn ihr eine Kühltruhe habt, dann macht das einfach mal. Wasser einfrieren und einfach ins Zimmer stellen. Am besten noch darauf achten, dass unter den Wasserflaschen dann irgendwie ein Wieso hat er eine Krone auf? Ist das ein König? Ich will auch ein König sein. Ein Tuch oder sowas legt, weil die fangen ganz schön an zu schwitzen. Wenn ihr die irgendwo hinlegt. Geil, ich hab gleich keine Leben mehr. Finde ich richtig gut. Oh Mann! Geht mega, mega dumm. Ja, explodier doch. Aua. Oh, da kommt hier so ein Assi-Boss. Den mag ich wirklich gar nicht. Seine komischen Dinger, die fliegen einfach immer irgendwo hin. Ich raff diesen Boss halt wirklich nicht. Du machst hier diese komischen Magen kaputt und dann fliegen die einfach irgendwo hin. Das ist super Wendel für mich. Ich hab den noch nicht so ganz gerafft, diesen. Gehen die einfach immer nur zur Seite? Ne, na guck, die gehen auch da unten und überhaupt. Deine zweite Phase ist angenehmer, aber dafür muss man halt erst mal die erste Phase überhaupt vernichten. Wenn ich den schaffe, ohne dass er mich trifft, dann bin ich sehr happy über mich. Komischer. Diese Phase ist auch richtig komisch. Warum bist du so? Auch so zu sein, wie du bist. Ich hasse das, wenn du so bist, wie du bist. Ah. Ist das eigentlich eine Beleidigung, wenn man sagt, ha, du hast dich gar nicht verändert? Weil an sich will man sich doch zumindest verbessern, oder? Weiß ich nicht. Wenn man sich nicht verändert, dann hat man sich weder verbessert noch verschlechtert. Also für mich wäre das, glaube ich, eine Beleidigung, wenn mir jemand sagen würde, nachdem er mich jahrelang nicht gesehen hat, ha, du hast dich kein bisschen verändert. Das wäre für mich, glaube ich, eine Beleidigung, wenn mir das jemand sagen würde. Alter, ich habe keine Leben mehr. Wenigstens spawnt er jetzt keine Kacke mehr hier. Wie sieht das bei euch aus, Leute? So, gib mal bitte was Gutes. Nein, du bist nichts Gutes. Oh Gott, ich werde hier sterben. Wieso habe ich dieses komische Ding eigentlich nicht gewollt? Das wäre schlauer gewesen. Ich weiß auch immer noch nicht, nach all den Jahren, ob, wenn ich hier das Item von den Dude re-rolle, ob dann trotzdem nur weder, entweder sein, sein Kopf da rauskommt oder die Kohle. Ich glaube, bei Krampus kann man und die Kohle. Oh, geht doch. Oh, das ist ja mega gut. Woid ist ja mega gut. Nehmen wir mit? Oh, sogar so ein komischer Markt hier. Ein Black Market wäre mega gut. Okay, schade, nur drei Münzen. Nehme ich auch mal mit. Okay. Mit The Void können wir aber arbeiten. Wenn wir die nächste Ebene überleben, dann sieht das gar nicht so kacke aus. Okay. Sagen. Eineinhalb Leben, ne? Ja, ist nicht so geil. Wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, könnten wir das aber trotzdem noch schaffen. Tja, 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 tja. Richtig toll wäre jetzt mal eine Pille, die uns... Genau das. Geil, danke. Nur noch ein halbes Leben. Ja, noch ein Tierstown. Wie legt man das ab? Ich bringe mich hier einfach selber um. Passt auch schon. Ach man, jetzt habe ich nur noch ein halbes Leben. Was soll das denn jetzt? Mit dem blaues Herz? Nö. Äh. Ich will, ich will nicht in irgendeinen Raum reingehen. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott, nein, ich will nicht sterben. Wir könnten diese Ebene verlassen. Ne, dann geht nicht, ne? Natürlich kommt hier so ein Viech von oben. Wenn das so eine komische Krüppelhand ist, dann bin ich sowieso tot. Okay, es ist nicht. Blaues Herz? Das ist sad. Wir haben nicht mal eine Bombe, um zum Beispiel, oh man. Ja. Schade. Äh, um nach einem Geheimraum zu suchen. Egal. Ich habe alles gesagt, was ich wollte. Ich wollte jetzt Blue Baby sowieso nicht spielen. Wen hätten wir denn sonst noch, wer noch nicht alles hat? Die guten Leute haben halt schon alles. Sam, oh, mit Sam, was ist dann unten links? Was denn unten links? Ist das der Mega-Satan? Unten links ist Mega-Satan. Sam, dann könnte man mal spielen. Azazel hat halt so eine fucking kleine Range. Azazel für Delirium auch nicht so geil. We lost sowieso nicht. Lilith finde ich mega langweilig. Keeper mega schwer. Ich habe das sogar mit Forgotten geschafft. Ja, lol. Ich habe irgendwie gar nichts mehr zu tun mit Isaac. Na gut, dann war die Folge aber auch nicht allzu lang. Das finde ich sogar recht gut. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Ich freue mich auf viele Kommentare. Ich habe ja relativ viel gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Lo-IT. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.